Wir machen jetzt Longshot-Challenge, also wir schießen von Mittellinie, von hier und wer als erstes trifft, der andere ist im Tor, wer als erstes trifft, oder? Sollen wir mit Tor oder ohne Tor machen? Okay, der, der als erstes trifft, hat gewonnen. Let's go! Wir machen Tierscheinpapier, wer anfängt, okay? Aber von wo fangen wir an? Ja, von Mittellinie. Schneller Steinpapier, Schneller Steinpapier. Du, du fängst an, komm, fang an. Sie ist von der Mittellinie und ich geh ins Tor, let's go. Ich geh auf die Seite. Wer als erstes dreimal trifft, hintereinander, okay? Ich halt alles. Ich halt alles, Junge, ich halt mit zwei. Ja, ich bin so gut, Junge. Ich bin so gut, Junge. Wieso schießt du den Weibernzaun, du Affe? Komm, geh holen, lauf! Lauf, Junge, lauf, du Affe! Junge, lauf mal ein bisschen. Ich schaff's doch eh, keine Hundertkeit. Ich korrigiere. Es ist 23 Grad. Und der Typ denkt, er wäre lost. Lauf, Junge, lauf! Du brauchst hier nicht springen, wie der größte Affe. Komm, schieß rüber! Och, Junge, geh holen! Nerv nicht! Lauf, Junge! Das ist mir ein Affe! Junge, es dauert so lange, hier die Bälle zu holen. Dieses Feld ist riesig. Naja, riesig. Ja! Jetzt geh ins Tor und lass den Ball! Jetzt geh ins Tor! Junge, gib Ball! Gib Ball! Oh, Junge, ich kann nicht mal einen Ball annehmen. Ich leg die Ball jetzt hin, dann sehen wir uns wieder. Ich mach nicht, ja. Ja! Nein, 1-0! Ich krieg keinen Ball! Kein Schuss! Komm, jetzt schieß, Junge! Wir haben jetzt beschlossen, dass wir ein bisschen weiter weg gehen pro Schuss. Und ja, let's go! Goalkeeper! Ja! Goalkeeper, Junge! Ich halte alles. Ich muss jetzt noch einmal treffen, dann habe ich gewonnen. Ja, stimmt, ich kann rechnen. Ja! Komm, jetzt schieben wir. Wie viel wollen die Nächsten? Okay. Ich halte Nelly. Ey! So gut! Ja! Juhu! Näh, echt? Nicht! Ja! Das ist voll schwer, mein Tendin. Junge, ich schaff das auch, also schaffst du das. Aber komm, geh noch weiter nach hinten. Schön noch weiter. Ich brauche dich ins Tor. Nein, Junge! Ach, scheiße! Ich muss sehen, der Tag kam, wenn du wieder im Gleichstand wurdest. Ja, ja. Leider. Junge, aber wenn du jetzt reinlauchst, hast du gewonnen. Du musst mal weiter weg! Juhu! Man sieht meinen Schatten, voll lost. Ja, gewonnen! Gewonnen! So sehen sie aus! Ja, aber nur eine!